Herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video möchte ich mit dir über Glaubenssatzarbeit und Schattenarbeit sprechen. Ich bin kürzlich in einer Unterhaltung gewesen, wo mir die Frage gestellt worden ist, hey Chris, wie löse ich eigentlich den Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug aussehe? Von dem wollen wir uns hier an diesem Beispiel anschauen. Und ich werde dich hier durch die verschiedenen Prinzipien führen, die wichtig dabei sind, wenn du mit Glaubenssätzen und Emotionen arbeitest im Rahmen von Schattenarbeit, innerer Kindarbeit, innerer Arbeit im Allgemeinen und dir hoffentlich ein plastisches, aufgefleischtes Bild präsentieren können, wie du anhand dieses Beispiels diesen Prozess auf alle möglichen Themen übertragen kannst. Denn auch wenn es natürlich so ein paar individuelle, besondere Perspektiven hier auf dieses Thema gibt und Beispiele und kleine Kniffe und Tricks, die du anwenden kannst, die sich im Individualfall nicht so generalisieren lassen auf jedes Beispiel, so ist trotzdem 80% dieser Arbeit sehr universell, sehr prinzipiengesteuert. Und wenn du wirklich diese Prinzipien verstehst und verinnerlichst, kannst du basierend auf diesem Verständnis wirklich mit jedem Thema hervorragend arbeiten und zu einer Lösung kommen, zu einer Lösung und letztlich Integration dieser verwunderten Aspekte in dir. So, ganz grundlegend beim Glaubenssatz, ich sehe nicht gut genug aus, haben wir erstmal, das erste, was ich spüre in der Resonanz ist, dass es wahrscheinlich nicht der echte Glaubenssatz ist. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, sind wir hier am Kern oder befinden wir uns irgendwie in einer oberflächlicheren Ausführung eines Kernthemas. Warum gibt es solche oberflächlicheren Ausführungen? Das sind sozusagen unsere Trigger. Die Trigger sind erstmal das, was scheinbar in unserem Leben auftaucht. Und ein schönes Zitat, was ich hier so klasse finde, ist, sich mal vorzustellen, alles ist nicht so, wie es scheint. Das heißt, der Trigger ist eine gewisse Erscheinung, aber eigentlich deutet sie auf ein ganz anderes, dahinterliegendes Thema. Diese Erscheinung ist aber da als Botschaft sozusagen unserer Seele oder des Kosmos, des Universums, unseres Karmas, wie du es auch immer beschreiben möchtest, um uns an diese tiefere Botschaft und Essenz und dieses Geschenk, das sozusagen dahinter liegt, zu erinnern. Das heißt, es ist eine Art Maske, die sich sozusagen zeigt. Die andere Komponente dieser oberflächlicheren Erscheinung, so dass wir noch nicht am Kern sind, wäre aber auch eine Thematik von Schutz und Vermeidung. Das heißt, es ist viel leichter, einen gewissen Glaubenssatz über sich zu haben, als mit der tatsächlichen Emotion dahinter zu sein, mit dem tatsächlichen Thema zu sein, weil das viel herausfordernder ist. Und so ist es zum Beispiel anhand dieses Beispiels von Ich sehe nicht gut genug aus. Haben wir zum Beispiel, wo ist hier der Schutz? Es gibt uns eine Art Sicherheit. Es ist eine Art, okay, anstatt zu sagen, ich weiß nicht, ob ich gut aussehe oder mittelgut aussehe oder schlecht aussehe oder wie auch immer, wobei auch das alles Bewertungen sind, haben wir so ein Label, eine Beurteilung, eine Verurteilung und bewerten diese Situation mit, ich sehe nicht gut genug aus. Dadurch haben wir wieder Kontrolle, dadurch haben wir wieder das Bekannte, anstatt eine Beziehung zum Unbekannten aufzubauen. Denn die Beziehung zum Unbekannten ist etwas, das das Ego nicht halten kann. Und das heißt, Glaubenssätze und Persönlichkeitsanteile, die uns beschützen, Kompensation, also Bewältigungsstrategien, sind alles sozusagen Mechanismen, die der Ego-Struktur helfen zu überleben. Und in unserem Wachstum, in unserer spirituellen Entwicklung, in unserer Heilarbeit, haben wir sozusagen als Aufgabe mehr und mehr von diesen Ego-Energien, diesen Kontraktionsenergien aufzulösen, uns selbst sozusagen aufzulösen und zu erkennen, dass wir einfach nur Quelle sind, dass wir einfach nur pures Sein sind, ein voller Unschuld und dass dem nichts fehlt, es ist die Leere, die alles ist, der überhaupt nichts fehlt. Das ist der Weg dahin. Und jetzt sind wir in diesem Beispiel von Ich sehe nicht gut genug aus, auf dieser Ebene von Das ist eine Bewertung, sodass wir eben Kontrolle haben, Vorhersagbarkeit haben, vielleicht auch Ordnung, wir können uns darin besser irgendwie erkennen. Und was des Weiteren drin ist, neben diesem Vorteil, neben dieser Schutzkomponente, ist auch so eine Energie von Apathie, die ich vor allem bei dem, der die Frage gestellt hat, rausgehört habe. Und innerhalb der Apathie auch eine Art Trauer, die noch nicht gefühlt werden konnte, die noch nicht vollkommen verarbeitet und integriert werden konnte. Und es ist auch so ein bisschen, was heißt Apathie, es ist so ein bisschen so eine Selbstaufgabe, sich schon aufgegeben zu haben. Wenn du diesen Glaubenssatz hörst, zum Beispiel, ich sehe nicht gut genug aus, dann ist das schon so ein sich abgefunden haben mit einem Schicksal. Also, ich gehe gar nicht mehr ins Leben rein. Ich mache mich gar nicht mehr richtig auf für Enttäuschungen. Wir haben Angst vor Enttäuschungen, aber tatsächlich wollen wir enttäuscht werden, um zur Wahrheit zu kommen. Sondern ich finde mich mit diesem Konstrukt ab, mit dieser Verallgemeinung, mit dieser Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin. Und bin dann aber auch nicht mehr richtig frisch, nicht mehr offen, nicht mehr im Moment, nicht mehr mit dem, was ist. Also, zu dem Glaubenssatz zu finden, beispielsweise, ich sehe aus, wie ich aussehe. Und einfach in Akzeptanz, mit dem zu sein, was ist, ohne ihm irgendeine Bewertung zu geben. Sondern wir geben dem eine Bewertung, einmal um Sicherheit zu haben, aber gleichzeitig eben auch, um weitere Enttäuschungen zu vermeiden. Das ist der Vorteil in Selbstaufgabe, in Depression, dass wir die Verletzlichkeit sozusagen rausnehmen. Und das ist eine sehr wichtige Information, wenn wir schauen, wie wir mit diesem Glaubenssatz arbeiten. Nun, ganz grundlegend ist anfangs erstmal sehr, sehr wichtig, dass die absolute Hauptzutat, die wir in dem Prozess benötigen, immer absolute, bedingungslose Annahme ist. Also, wenn wir erstmal hergehen und sagen, ich fühle nicht, dass ich gut genug aussehe, dann wollen wir erstmal in unserem Körper schauen und gucken, also das Bewusstsein vom Inhalt auf den Körper bringen und schauen, was macht das eigentlich mit mir? Was fühle ich eigentlich mit meinem Körper auf Empfindungsbasis, auf energetischer Basis oder auf emotionaler Basis, je nachdem, welcher Kanal sich für dich am weitesten und deutlichsten geöffnet fühlt, wo du den besten Bezug kriegst. Hier gibt es auch kein richtig oder falsch. Das ist wirklich intuitiv, wie wir das angehen dürfen. Schau mal, was fühle ich in meinem Körper, wenn ich sage, ich fühle, dass ich nicht gut genug aussehend bin. Und dann merken vielleicht schon, okay, ich habe eine Kontraktion im Herzen beispielsweise in Bezug darauf. Vielleicht ist es nur eine ganz leichte Trauer, die sich nach oben schleicht, aber eben diese Wand von Selbstaufgabe und dicker, dichter Energie und Apathie davor. So. Das war sozusagen der erste Schritt, erstmal zu schauen, wo in meinem Körper hat denn dieser Inhalt seinen Bezug, denn Glaubenssätze, Gedanken, gerade im Verstand, werden immer auch angetrieben von Energien, die im Körper sind. Das heißt, wir wollen an die Quelle kommen, wo der Verstand eigentlich seine, den Halt, den Nährboden für die aufrechte Haltung der Ich-Identität, aber auch seiner Glaubenssätze eben dann bezieht, um sozusagen nicht nur auf einer Symptomebene, sondern eben auf einer Ursachenebene Transformationen einleiten zu können. So. Und in dem Fall bin ich dann sozusagen erstmal im Körper und ich fühle, okay, dass da ist diese Kontraktion. Ja. So. Eine Sache, die wir machen können, ist ganz simpel, und das ist so das aller, aller simpelste, simpelste, simpelste Prinzip, wir sind einfach nur mit dieser Kontraktion. Ja. Und zwar mit bedingungslosen Anderen. Das heißt, okay, ich fühle hier, ich bin nicht gut genug aussehend, jetzt bin ich einfach nur damit. Ja. Ich bin einfach, ich merke diese Schwere der Apathie, dieses vielleicht, ich bin nicht gut genug aussehend. Hm. Hm. Und dann kommen vielleicht schon Bilder hoch von, ah, das heißt, ich kriege nicht die Frauen, die ich möchte, oder den Partner, den ich möchte. Dann werde ich einsam sein. Vielleicht kommen schon Inhalte hoch, und dann können wir schon die bezeugen, und einfach nur damit sein. Wichtig ist, dass wir hier die Haltung haben von, wir wollen nicht von A nach B kommen, wir wollen hier nichts verändern, wir wollen hier keine mystische Erfahrung kreieren, in keinen besonderen Zustand kommen, und nichts vermeiden, nichts ablehnen, nichts verbessern, nichts reparieren, nichts wieder in Ordnung bringen, sondern einfach nur mit dem sein, was ich gerade direkt auf Empfindungsebene oder energetische Ebene wahrnehme. Ah, da könnt ihr wirklich reinatmen, weil Atmen heißt erlauben, wenn wir tief atmen, fühlen wir, wenn wir flach atmen, halten wir, fühlen zurück. Atmen heißt Raum, schenken. Ah, Atmen heißt Leben, also, auch verarbeiten, prozessieren. Und die prozessieren wir, indem wir einfach nur sind, indem wir bezeugen. Ja, Leben ist Bewusstsein, das heißt, wenn ich atme, werde ich mir bezeugend bewusst und ich erhöhe meine Kapazität zu verarbeiten und vor allem mir selbst Raum zu halten, Raum zu schenken. Es hilft dir wirklich auch, wie so ein Seufzen zu machen, so ein Stöhnen zu machen, um die Kehle zu öffnen, um durch die Vibration den Körper mit reinzubringen, etwas ins Schwingen zu bringen. Und wieder, wir inspirieren Schwingung, wir forcieren Schwingung nicht. Ja, wir sind sanft, wir haben kein Ziel, wir lehnen nicht ab, wir sind hier nicht sehr grob. Es ist vielmehr, wir bringen die Realisation rein, die vorher noch im Dunkeln war, dass das, was jetzt gerade ist, schon perfekt ist. Und dann sind wir und dann schauen wir mal wieder rein, was verändert sich. Wir beobachten den Strom der Energien, der Empfindungen und schauen einfach nur, was sich verändert. Und das ist wirklich das Basisprinzip von Heilarbeit, Schattenarbeit, Arbeit mit Emotionen, Transmutations, Transformationsarbeit, wie du es auch immer nennen möchtest. Einfach nur gleichmütig zu sitzen und zu sein, ohne zu bewerten, einfach nur zu beobachten. Denn das ist das, was das, die Qualität unseres Seins, unseres puren Bewusstseins ist, einfach nur sein mit dem, was ist. Und das ist die bedingungslose Liebe. Das ist einfach wie ein Nichts, wie eine Leere, die mit Nichts im Widerstand ist, alles erlaubt. Das ist eine Frage, die diese Leere sozusagen, diese bedingungslose Liebe inkarniert und verbalisiert. Kann ich das erlauben? Kann ich das willkommen heißen? Und auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Vielleicht ist die Antwort, ich kann das nicht erlauben. Und dann fragst du dich einfach, okay, kann ich aber das erlauben, das ich nicht erlauben kann? Wenn zum Beispiel eine Frustration ist von, oh, dieses Thema verändert sich nie. Ich war da schon so oft dran. Ich weiß, ich muss erlauben. Nein, du musst gar nichts. Es gibt hier kein Ja oder Nein, kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Aber kannst du dann diese Frustration gerade willkommen heißen? Weil vielleicht will die Frustration dich mehr in deine Wut bringen, die noch nicht gelebt ist. Oder aber dich tiefer in Hilflosigkeit und Ohnmacht bringen. die du fühlen musst oder müsstest oder darfst, kannst und eingeladen bist, um tieferes Vertrauen zu fassen, wenn du sagst, ich kann hier nichts tun, außer mich hinzugeben. Hoffentlich vertraut mir dieses Leben. Hoffentlich kann ich diesem Leben vertrauen. Hoffentlich wird alles gut. Hoffentlich ist alles gut. Ja. Das ist das Gegenteil dessen, was das Ego macht, weil das Ego denkt immer an den richtigen Plan zu haben, wie alles gut läuft und ist dann sehr angefixt an diesem Plan, sehr in der Kontrolle. Das heißt, indem wir einfach nur Raum halten, dem Raum schenken, es einfach nur erlauben, machen wir das Gegenteil unseres Programms, unserer Ego-Programmierung, unserer Ego-Konditionierung mit all ihren Glaubenssätzen, all ihrer Reaktivität. Wir sind einfach im Sein, wir sind antireaktiv, unreaktiv und alles darf einfach nur. Auch wenn nichts passiert, dann können wir erlauben, dass nichts passiert. Das heißt, mit dieser Basis möchte ich hier einführen, das ist wirklich die absolut essentielle Basis, auf der alles, was wir hier weiter besprechen und alles, was du weiter in deiner Heilarbeit und in deiner Schattenarbeit machen wirst, aufbauen wirst. Weil ohne diese Basis holst du dir neue Reaktivität sozusagen rein. Weil es dann immer Erwartungen gibt und durch diese Erwartungen öffnet sich dein System nicht. Weil immer die Spur oder das Gespür da ist von hier ist nicht bedingungslose Liebe, ich darf einfach nicht nur sein in meinem vollen Spektrum an Gefühlen, sondern ich muss hier was verändern, also ich muss hier was von mir ablehnen. Etwas hier ist nicht vollkommen. Erwünscht ist es, als würdest du einen Gast zu dir nach Hause einladen und du bist komplett willkommen heißen und ein toller Gastgeber und öffnest ihm die Tür, aber hinter deinem Rücken hast du einen Baseballschläger versteckt. Es ist nicht aufrichtig. Es braucht also volle Aufrichtigkeit mit dem, was ist, dem wirklich begegnen zu wollen. Und nicht es als spirituellen Trick zu machen, um ich fühle da jetzt rein, damit ich mich besser fühle, damit es weggeht. Ja, das passiert alles als toller Nebeneffekt. Ja, weil die Prozessierung, das Prozessieren passiert, aber das Prozessieren passiert durch die Aufrichtigkeit und die Aufrichtigkeit deines wahren, klaren Bewusstseins mit dem, was im Hier und Jetzt ist. So, das ist das erste ganz wichtige Prinzip oder der erste Ansatz. Und wenn du nur das machst, das ist schon auf einem wunderbaren Weg. So, das ist schon das Mächtigste, was du machen kannst. Das ist die komplette Basis, beispielsweise von Vipassana-Meditation, wo du einfach nur sitzt und gleichmäßig durch deinen, gleichmäßig durch deinen Körper scannst. Ja, so, das heißt, das ist sozusagen, was wir machen, ist, wir ebnen alles und wir bringen alles in eine Art, in einen willkommen heißenden Zustand, was unser Naturzustand ist, unser klares Bewusstsein. Und jetzt merkst du aber, okay, ich fühle lange, aber ich merke, ich bin auch inspiriert, irgendwie den Prozess zu vertiefen, vielleicht zu beschleunigen. Respektiere, dass der Prozess eine gewisse Heiligkeit hat, also ich kann ihn nur bis zu einem gewissen Grad beschleunigen und der Rest ist up to life, up to God, up to whatever. Ich akzeptiere auch meine Begrenzungen, die Limitationen des Ganzen und bin komplett im Frieden damit und von dort aus direkt dürfen wir uns dann auch gewisser Techniken und Tricks und Fragen bedienen, um tiefer an den Kern zu kommen. Einen in diesem Beispiel, wäre ich sehe nicht gut genug aus, wäre beispielsweise, okay, was ist denn das Schlimme daran, dass du nicht gut genug aussiehst? Und dann können wir dieser Fragenlinie weiter folgen. Und dann kommt vielleicht, okay, wenn ich nicht gut genug aussehe, dann kriege ich keine Frauen und wenn ich keine Frauen kriege, dann bin ich einsam und wenn ich, einsam bin, dann fühle ich mich leer und kalt und ja, absolut ungeliebt sozusagen. Und dann, dann siehst du schon, worum es eigentlich geht, das ist diese Vermeidung von diesem, von sich ungeliebt fühlen oder sich kalt fühlen. Und dann ist auch die Frage, dann kommen wir wieder von dem Inhalt mehr zurück auf der Ebene der Empfindungen und Gefühle und sagen, kannst du gerade diese Kälte komplett fühlen, einfach nur mit der sein. Weil sonst ist unsere Reaktion in die Ego-Reaktivität zu kommen, Kälte vermeiden, das Gefühl von Leere vermeiden vielleicht. Und hier ist es so, können wir ja sagen, können wir mit dieser Leere gerade sein. Und dann bist du damit und dann wirst du den Prozess weiter vertiefen. Du kannst es dir so vorstellen, dass du Container öffnest, wie bei einer Matroschka-Puppe, wo am Anfang die äußere Matroschka ist, gehst du tiefer in den Container rein, damit die abgespeicherte Energie innerhalb des Containers, also innerhalb des Traumas sozusagen, wieder released werden kann, transmutiert werden kann, einfach gefühlt werden kann. Der Container kann sich leeren und leer schwingen, leer vibrieren, sodass er überflüssig wird und du dich sozusagen dem Super-Container deines wahren Seins, deines wahren Bewusstseins wieder in voller Gänze, ohne diese Abspaltungen hingeben kannst. Das ist das, was Integration und Bewusstseinsarbeit eigentlich auch bedeutet oder Heilarbeit. Das heißt, du öffnest den Container tiefer und definierst das Thema immer mehr. Du definierst das Thema nicht, um mehr in die Geschichte zu kommen, sondern du benutzt die Geschichte, um tiefer in die Gefühle zu kommen. Und darüber dürfen wir auch dann die Geschichte sozusagen in ihren relevanten Dimensionen vertiefen. Und manchmal siehst du vielleicht auch Bilder oder Symbole, die auf einmal hochkommen. Wenn du sehr visionärisch bist zum Beispiel, dann kannst du auch schauen, was triggern diese Symbole in mir. Auf einmal siehst du das Bild von deinem Vater, deiner Mutter, deiner letzten Beziehung, wie auch immer. Und dann weißt du, okay, dein Unterbewusstsein möchte deine Ganzwerdung auf diesem Weg mit dir bringen, weil es da noch wichtige Sachen zu verstehen gibt, die dann im Unterbewusstsein wichtig sind. Aber grundlegend ist sozusagen der Juice, der Saft, immer in den Empfindungen und in den Energien drin, die wir dann sozusagen suchen. Wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Wir bleiben auf den Empfindungen und stellen ein paar Fragen, um an Inhalte ranzukommen und tiefer zu kommen. Aber dann gehen wir von den Inhalten wieder zurück zu Empfindungen. Und die tieferen Empfindungen bringen wieder noch vielleicht konkretere Erinnerungen oder Erkenntnisse oder Geschichten und Bilder an die Oberfläche. Und so geht es immer hin und her, bis wir merken, okay, ich glaube, ich bin am Kern gerade und ich bin dem Kerngefühl begegnet und bin da einfach nur gewesen. Wenn wir da wirklich sind, brauchen wir nichts weiter machen, als mit voller Präsenz und Bewusstheit, ohne Bewertung, dort zu sitzen. Und damit es sich einfach nur fertig schwingen kann, fertig ausdrücken kann. Und manchmal ist der Prozess dann sehr ruhig und still. Manchmal merken wir, dass sich unser Körper dazu bewegen will oder dass unser Körper ein bisschen schütteln will und es ausvibrieren will. Hier dürfen wir darauf achten, ist das gerade organischer Teil dieses Prozesses, wenn der Körper sich bewegt oder wenn du vielleicht schreien willst oder dich ausdrücken willst in irgendeiner Form. Oder ist es auch eine Vermeidungstaktik. Und da hilft es natürlich, wenn du jemanden hast, der den Bereich fortgeschritten ist und professionell ist und so ein bisschen reinspürt, ob du dich gerade vermeidest. Das können manchmal blinde Flecken sein. Und ohnehin jemanden zu haben, der den Raum hält, ist extrem förderlich. Weil du kannst diese Arbeit zu 100% mit dir selbst machen und ich ermutige das auf jeden Fall im Rahmen von Selbstermächtigung. Aber gleichzeitig ist es einfach auch leichter, wenn du jemanden hast, der den Raum hältst, gerade für schwierigere Themen oder Themen, wo du viele blinde Flecken hast. Was so eigentlich auch in jedem Thema sein kann. Aber zu dem Beispiel einfach nochmal zurückkehren. bist du einfach gerade da und spürst deinem Körper bei sich ausdrücken, ist alles gut und du spürst einfach, weil es fühlt sich resonierend an, es fühlt sich stimmig an, es fühlt sich an, ich komme so tiefer sozusagen rein und da ist so ein Gefühl von Richtigkeit und Stimmigkeit. Wie gesagt, da wird deine Intuition besser und besser werden, deine emotionalen Intelligenz, um das eine vom anderen zu unterscheiden und das eine vom anderen noch nicht zu unterscheiden zu können, ist ein Thema für sich. Und das einfach auch nur Unbewusstheit ist und wir werden hier bewusster und bewusster. Das ist die Natur, diese Arbeit. Also setz dich hier gar nicht unter Druck, sondern seh das einfach als einen spülerischen Lernprozess mit ganz vielen Möglichkeiten, sich immer besser zu verstehen und immer klarer und weiser sozusagen auch zu werden. Was Emotionen angeht, Menschen, deine Psyche, was Liebe ist und so weiter und so weiter und so weiter. Was dein wahres Sein ist sozusagen. So. Und dann bist du jetzt zum Beispiel, hast diese Emotionen komplett gefühlt von Einsamkeit und Kälte und dann kannst du zur Vertiefung zum Beispiel eine Frage fragen von wann habe ich das das erste Mal gefühlt? Wann habe ich das allererste Mal diese Emotionen von Einsamkeit gespürt, von nicht geliebt werden? Und dann kommt vielleicht eine Emotion, ein Bild von deiner Mutter hoch oder so zum Beispiel. Wo du gemerkt hast, ja als Kind, da habe ich auch die Annahme machen müssen, nicht gut genug zu sein. Was mir da hat, das ist weder die Maske, aber auch der Schutz eine Wärme gegeben hat. Ich habe dann wenigstens die Bekanntheit und die Vergewisserung, es liegt an mir, anstatt dieses Unbekannte voll in meiner Verletzlichkeit sein und dann darauf zurückgewiesen werden. Und dann ist die Frage, kann ich damit sein? Das konnte ich damals noch nicht verarbeiten, ja, dass dieses Bedürfnis nicht gekommen ist. Und was hier helfen kann, ist, ich habe ja vorhin gesagt, dass es sehr wichtig ist, einfach nur mit deinem puren Sein dort zu sein. Und dieses pure Sein ist ja noch deine formlose, immaterielle Natur, die einfach nichts ist. Bedingungslose Liebe ist nichts, in dem Sinne, dass es, wie gesagt, nicht wertend ist, nicht urteilend ist, dass nichts was, irgendwie Widerstand machen, es gibt einfach alles nur unschuldig und ungefiltert wieder. Alles darf einfach nur sein und das in sich ist heilsam. Jetzt dürfen wir aber auch manchmal symbolische Repräsentationen dieses Selbst, dieses Nichts, das bedingungslose Liebe ist, verwenden, weil es manchmal für unsere Psyche leichter ist, dann eher den Zugang zu bekommen zu den Heilqualitäten, wenn es noch überlagert ist. Und in dem Beispiel, wenn du merkst, es ist zum Beispiel ein Thema mit der Mutter, dann kannst du schauen, ob du zum Beispiel eine Art imaginative Mutter aus Licht und Liebe einladen kannst, die dann auf die Bedürfnisse deines inneren Kindes eingeht. Und zuvor kannst du eine Frage stellen, wie alt bin ich, wo ich dieses Gefühl fühle. Dann kriegst du vielleicht intuitiv die erste spontane Zahl, du gehst immer mit dem ersten spontan, irgendwie für mich wie drei oder vier. Und manchmal gerade, wenn wir sehr jung sind und merken, wir können das gar nicht mehr verbalisieren, weil wir damals noch nicht so einen ausgeprägten Denkapparat hatten, wir haben die Sachen sehr sensomotorisch noch wahrgenommen. Und das heißt, dann ist es wichtig, dass wir sehr auf Empfindungsebene bleiben und einfach nur, wir müssen gar nicht verstehen, was passiert. Wir dürfen einfach nur wirklich in dieser Nachnäherung bleiben. Oder du siehst dich vielleicht zum Beispiel als wie Säugling im Mutterleib und du kannst einfach da nochmal ganz viel Liebe reinschicken und sehen, dass du da einfach in dieser Schwingung bist, in dieser komplett allumfassenden Liebe bist und dich da einfach nachnähern und berühren lassen. Nachdem da geht es ein bisschen darum, rauszufinden, was brauche ich hier. Manchmal kannst du auch das Gegenseit, manchmal merkst du auch, okay, ich habe mir hier viel Liebe gegeben, aber irgendwas fühlt sich noch unrund an und dann geht es darum, jetzt in die Konfrontation zu kommen. Also du kannst deine Mutter anschauen in dem Fall beispielsweise und dann schauen, sie dir vorstellen, wie als ein Phantom das vor dir steht und dann guckst du, okay, wie nah ist sie dran, wie weit ist sie weg, kann ich ihre Augen sehen, was ist ihre Ausstrahlung, ihr Vibe, ist sie leicht über mir, unter mir, ist sie links, rechts, vielleicht hinter mir. Dann musst du schauen, wie möchte ich eigentlich in Bezug zu ihr sein und was möchte ich noch ausdrücken, dass ich noch nicht ausgedrückt habe. Dann hilft es richtig laut auszusprechen, zu schauen, was sie antwortet und diesen Dialog sozusagen zu beginnen, um diese Emotionen weiter auflösen zu können. Das heißt, wir bringen hier so ein bisschen ein, die Ebene sei einfach mit allem formlos, aber dann können wir, weil Form und Nichtform auch sozusagen alles eins ist, einfach nur auch Ausdruck und es sind ja nur Erscheinungen deiner perfekten Naturen von allem, was ist, dürfen wir auch sozusagen die Ebene der Form hier reinnehmen und kreieren damit auch keine Verunreinigungen oder Verstrickungen sozusagen, solange wir uns erinnern, dass sozusagen, das sind spielerische Werkzeuge, die wir hier verwenden und die nehmen wir jetzt auch gar nicht so ernst zum Beispiel. So, ein weiteres Beispiel wäre, wenn, oder eine weitere Möglichkeit daran zu gehen, wäre dich direkt zu fragen, wann war denn das letzte Mal, dass ich dieses Gefühl gespürt habe von mich nicht gut genug aussehen fühlen und dann erinnerst du dich vielleicht etwas, was zwei, drei Tage erst her ist und meistens ist es so, die Sachen, die uns jetzt gerade triggern, sind auch meistens die Sachen, die jetzt gerade in die Verwandlung wollen, also die Sachen, die jetzt geheilt werden wollen. Das heißt, häufig manifestieren wir oder ziehen wir dann sozusagen genau die Situation und Trigger an, für die wir jetzt bereit sind, Heilung zu finden und Abschluss zu finden, weil wir ärgern uns häufig auch, jetzt triggert mich was und so weiter, aber eigentlich heißt das, dass da eine Offenheit und Bereitschaft des Systems ist und es ist an sich eine ganz schöne und tolle Sache, eine absolute Möglichkeit und nur diese Haltung zu haben, bringt schon wieder mehr von dieser Selbstenergie rein, zu wissen, es ist okay, es ist gut, es ist, das ist eigentlich wie das Leben mir übermittelt, dass es gerade für mich da ist und mir sozusagen hilft und das ist eine Möglichkeit, tiefer zu mir zu kommen und mehr zu wachsen. Und dann, wenn ich frage, wann war denn das letzte Mal, dann kriege ich vielleicht eine Situation, die ist zwei oder drei Tage her und dann schaue ich mir die Situation an und dann spüre ich so ein bisschen in den Vibe der Situation rein und lasse den zu und dann kannst du dich auch wieder fragen, wann war denn das erste Mal und dann vielleicht kommt eine Situation raus, wo du von irgendeiner Frau zurückgewiesen worden bist zum Beispiel, ja, und dann hast du die Schlussfolgerung getroffen, ich sehe nicht gut genug aus, ja, so, und jetzt ist das Ding auch, das ist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, dieses ich sehe nicht genug aus, das ist eine oberflächliche Bewertung, eine Maske, die wir sozusagen tragen, anstatt zu sein, damit ich sehe aus, wie ich aussehe und ich bin mit dem, was ich bin. Warum wir das auch machen ist, weil wahrscheinlich könnte man sich vorstellen, im Beispiel, ist das, was da zurückgewiesen worden ist, hat sich nicht angefühlt, wie mein Aussehen wird zurückgewiesen, sondern ich bin ja vielleicht mit einer gewissen Unschuld da reingegangen mit einer gewissen Annahme von, ja, ich bin komplett genug und warum denn nicht und habe mich da echt gezeigt und einfach bin voll zu meinen echten Gefühlen gestanden, aber dann kam die Zurückweisung und jetzt hat es sich so angefühlt, nicht, dass ein von mir fabrizierter, oberflächlicher Teil zurückgewiesen worden ist, sondern ich in meiner Essenz bin hier zurückgewiesen worden, ja, und dann, weil das nicht nicht ertragbar war, weil das zu sehr weh getan hat, damit zu sein, habe ich mir stattdessen eine Maske erschaffen, um dann sagen zu können, ich bin für mein Aussehen zurückgewiesen worden, weil ich nicht gut genug bin und nicht für das, was ich wirklich bin, weil das viel wehnt, das ist puffernd, das ist, ja, abfälschend, das erleichtert die Situation sozusagen, das ist ein adäquates Coping sozusagen in dem Moment gewesen, das heißt, wir öffnen uns wieder mehr Vulnerabilität, wieder mehr Verletzlichkeit und schauen, eigentlich habe ich Angst für das, was ich bin, in der Intimität, wenn ich mich vollzeige, zurückgewiesen zu werden und deswegen verbinde ich mich mit Oberflächlichkeit und das ist nicht nur bei Menschen, die denken, ich sehe nicht gut genug aus, sondern auf der anderen Seite auch bei Menschen, die vielleicht damit beschenkt sind, sehr, sehr gut auszusehen und sich aber dann sehr, sehr mit ihrer Erscheinung und Äußerlichkeit identifizieren, weil das natürlich auch eine leichte Quelle von Anerkennung und Selbstwert ist und Selbstliebe, die dann aber eben über etwas Äußerliches kommt und wir wollen hier keine Trennung schaffen zwischen äußerlich und innerlich, das heißt, nur die einseitige Identifikation mit dem, was außen scheint, sorgt, dass das Innere nicht mehr wahrgenommen wird und dann verlieren wir so ein bisschen dadurch Tiefgang und Feinfühligkeit bis hin von unserer Essenz, bis hin von unserer Seele, nicht in dem Sinne, dass wirklich etwas verloren gegangen ist, aber in dem Sinne, dass es jetzt nicht mehr sichtbar ist und wirklich erkennbar ist. Wir werden dann oberflächlicher, das heißt nicht, dass wir nicht tiefgründig sind, aber unsere Tiefgründigkeit und unsere tiefe Lebenserfahrung ist gerade nicht zugänglich, weil dann müssten wir auch auf die alte Wunde wieder sozusagen hinschauen. Also es sieht manchmal so aus, hätte ich doch auch so einen tollen Körper oder würde ich doch auch so gut aussehen, aber das muss manchmal gar nicht so ein Geschenk sein. Es kann manchmal auch der Person mehr verhindern, sozusagen eigentlich ans eigentliche Thema hinzuschauen, weil es viel leichter ist, die Bewältigung zu machen, weil man ja sozusagen dafür auch noch sehr viel Bestätigung bekommt und sehr viel Liebe sozusagen bekommt, aber man merkt, okay, für diesen Teil, für mein Aussehen kriege ich Liebe, aber das dahinter, was ich mich nicht traufe, zu zeigen und wo ich gesehen werde, das ist jetzt noch nicht gesehen worden, das ist noch nicht geliebt worden und so hält sich auch diese Spaltung aufrecht und wir trauen uns nicht in den wirklichen Tiefgang, in die wirkliche Intimität zu uns und damit auch nicht wirklich in die Intimität zur Welt und das spiegelt sich natürlich auch wieder in einer anderen Oberflächlichkeit von Beziehungen und das sieht von außen erstmal total toll aus und strahlend und wow, aber solange, wenn deine wahre Essenz dabei nicht gesehen ist und geliebt ist und für dich, du dich noch nicht gesehen hast, dass du in deiner Essenz diese Liebe oder diese Wahrheit oder dieses Nichts bist, dieses alles, was existiert, dann wirst du immer diese äußeren Dinge nicht ganz genießen können, weil du immer merkst, das sind nur Täuschungen, das sind Illusionen, dem fehlt was, die sind leer, die sind komplett leer, es ist Täuschung, ich greife in Luft, ich denke es hat Substanz, dann ist es da und ich greife in eine Illusion, es ist eine Fata Morgana, das ist nichts. So, und auch das nochmal zu deutlichen, der Punkt, den ich auch machen will, ist, häufig hat man eine Scoping-Strategie vielleicht sich aufzustylen, Bodybuilding zu machen, Schönheitschirurgie, sich zu schminken, ja, oder vielleicht auch, was es auch immer ist, um irgendwie dann attraktiver zu wirken und diese ganzen Sachen sind auch in sich komplett unschuldig und fein und toll, ja, es ist einfach nur, wenn du siehst, ja, das ist einfach diese Fleischhülle und die darf ich aufhübschen, die darf ich schmücken und ich habe einfach eine Präferenz für Schönheit und für Attraktivität, das ist ein komplett unschuldiger, feiner Ausdruck, der in keiner Art und Weise irgendwas über deine Essenz sagt, das ist sogar Ausdruck deiner Essenz, ja, so, es heißt nicht ablehnen von Äußerlichkeit oder Schönheit oder Attraktivität, im Gegenteil, aus Selbstliebe und Fürsorge darfst du, wenn das dein freier Wille ist, dich komplett attraktiv machen und komplett schön sein und alles aus dir rausholen und einen ganz tollen Körper aufbauen, was auch immer, aber prüfe, was dein echtes Motiv ist, prüfe einfach, ob du damit was vermeidest, wo du nicht hinschauen möchtest und dann wäre meine Empfehlung, schau erst dahin oder schau auch mal dahin und schau, ob dann das überhaupt noch so wichtig ist, ja, wenn es noch wichtig ist, dann weißt du, es ist voll authentisch und deine echte Schönheit wird wirklich zur Geltung kommen, warum? Weil du bist perfekt mit deiner Imperfektion und perfekt mit deiner Imperfektion zu sein, also die Frequenz von absoluter Annahme ist das, was die Schönheit im Ordinary, also im Gewöhnlichen sozusagen erkennen lässt, ja, den Wert in allem, den absoluten intrinsischen Wert der Existenz. Das heißt, dieses, ich sehe einfach aus, wie ich aussehe, ist nicht einfach so, ja, ich sehe halt aus, wie ich aussehe, weißt du, mit so einer leichten, ja, ist halt wie es ist, vielleicht so ein leichter Zynismus, auch schon so eine Aufgabe drin, so vielleicht so ein Genervtsein oder so eine apathische Annahme oder Hinnahme, sondern eine wirkliche Annahme ist, ich sehe aus, wie ich aussehe, ist, ich bin ein absolutes Wunderwerk, das Leben ist ein absolutes Wunderwerk und wenn du selbst mit dem Bewusstsein eines absoluten Wunderwerks durch die Welt läufst, also dessen bewusst bist, dann wirkst du auf die Menschen auch wie ein wunderschönes Wunderwerk, ganz unabhängig, wie du von deinen Merkmalen her aussiehst. Leuten wird immer noch bewusst sein, dass du jetzt nicht den typischen ästhetischen Merkmalen des gesellschaftlichen Stereotypen entspricht, des Ideals entsprichst sozusagen, ja, aber es kombiniert sich mit dem Parfüm deiner Selbstausnahme wie eine Art ganz feinkörnige Schwingung, die du in dir hast, die in deinen Augen, durch deine Augen spricht, durch deine Ausstrahlung, durch dein, durch dein ganzes Sein, durch dein, wie du dich bewegst und artikulierst und einfach dein ganzes Sein, du bist einfach pure Schönheit, so, ja, unabhängig davon, wie du tatsächlich aussiehst, ne, und, und diese Erkenntnis von dir selbst bringt die Erkenntnis in dir bei anderen wieder hervor, ja, aber dann ist sie nicht mehr nötig, weil du hast dich unabhängig davon, wie dich andere bewerten, eh schon als schön erkannt und du weißt, dass die Bewertung anderer über dich einfach nur ein Spiegel ihrer eigenen Selbstbewertung in irgendeiner Ebene ist, also etwas, das karmisch noch bei den anderen gereinigt werden darf und du bist komplett befreit davon, es ist nicht mehr dein Cup of Tea, es geht dich nichts mehr an, es ist eine komplett unpersönliche Angelegenheit und als das wird es ertan und dann bist du frei davon, ja, und dann, ja, das will ich einfach nur, wollte ich einfach auch nur dazu gesagt haben, dass, du bist in einer Wahrheit, wenn du dich in deiner Wahrheit erkennst, siehst du, ich bin nichts weiter als pure Schönheit, das ist das ganz klare Gefühl, zu dem du bekommst, ja, nur, wie wir gesagt haben, wir verwenden manchmal die Bewertung, um etwas anderes sozusagen dahinter nicht zu fühlen, ja, und in dem Fall ist es sozusagen diese Trauer wirklich vielleicht für das zurückgewiesen zu werden, was ich wirklich bin, ja, wie wir vorhin gesagt haben, ja, und damit nicht sein zu können und dann geht es auch wieder, kannst du wieder vom Inhalt auf die Emotionen, auf die Energie, kannst du damit sein, wo das damals so wehgetan ist, äh, wehgetan hat und dann, dann siehst du manchmal, okay, dann habe ich mir die Selbstablehnung reingeholt, weil Selbstbewertung, ich bin nicht gut genug, ist auch eine Form der Selbstablehnung und die habe ich mir reingeholt, damit ich nicht wieder abgelehnt werde, das heißt, ich lehne mich schon ab und laufe mit diesem Glaubenssatz rum, damit ich nicht abgelehnt werde, weil das war so schockierend und stechend und, ähm, hat so wehgetan, ja, und das würde ich auf keinen Fall wieder erfahren, ja, und das heißt, was ich gerade, ich habe gerade gesagt, du bist absolute Schönheit, was benötigt diese Schönheit? Schönheit benötigt absolute Offenheit und Offenheit benötigt absolute Verletzlichkeit, das heißt, das Geheimnis zu deiner Schönheit ist, deiner wahren Schönheit, die Erkenntnis deiner wahren Schönheit ist, wieder absolut verletzlich, mit dem zu sein, das dich einst verletzt hat, eine neue Chance zu geben, eine frische Chance zu geben, sozusagen, und diesen Schmerz ins Licht deines Seins zu bringen, einfach nur mit dem zu sein. So, damit dieser Container, der Glaubenssatz ist sozusagen das Material des Containers, das den Container aufrechterhält, also dein Ego aufrechterhält, dass der gefühlt werden kann, der Schmerz, der noch nicht prozessiert werden kann, sodass der Container überflüssig ist und in sich zusammenbricht und dann einfach pustest du ihn einfach weg, wie Staub, ja. Und hier kann es sein, dass du auch manchmal noch, und es ist wie Schichten, stell dir vor, es gibt, gibst du Ladungen und Portionen, manchmal kannst du nicht den ganzen Container auf einmal leeren, manchmal löst du eine Portion aus und generell ist es kein Ereignis, sondern ein Prozess meistens, es kann aber ein Ereignis sein, du kannst in einer Sitzung ein Thema komplett lösen, manchmal, aber wie gesagt, es ist eine Heiligkeit und wir können es nicht kontrollieren, es passiert oder es passiert nicht, beides ist perfekt, beides ist Schönheit schon. Ja, wenn du das sehen kannst, dann wird die Schattenarbeit zum Schattentanz. So, und dann siehst du, es ist kein Kreis, sondern es ist eine Spirale, die immer mehr ins Innere kommt zum eigentlichen Thema und dahin laden sich immer mehr Ladungen ab und wir werden immer mehr für die Portionen gewisser Themen bereit, die wir, wo wir vorhin sozusagen noch nicht bereit waren, hinzuschauen und lernen damit unsere Essenz aber auch immer mehr kennen. Ja, das ist alles nicht so, wie es scheint, es ist eine Karotte an der Oberfläche und wir denken, wir ziehen einfach eine Karotte raus, aber dann sehen wir, boah, da kommt noch so viel hinterher. Ja, so. Und auch hier könntest du weiter definieren und vertiefen und graben und dann zum Beispiel schauen, okay, diese Verletzung, diese tiefe Verletzung, die ich da erfahren habe, als ich diese eine Frau zurückgewiesen habe, wann habe ich die die aller, allererste Mal irgendwie erfahren? Und dann vielleicht siehst du irgendwie ein Mädchen im Kindergarten oder so oder du siehst wiederum irgendwie einen Archetypen oder ein Symbol, das aufkommt, mit dem kannst du dich dann beschäftigen, ja, wie die große archetypische Mutter oder deine Anima zum Beispiel, die auf einmal kommt, und das ist diese Angst, sich vor dieser göttlichen Anima oder dem Animus, wenn du eine Frau bist, zurückgewiesen zu fühlen und dann kannst du einen Dialog damit haben, einen Phantom Dialog und auch wieder hier schauen, was sind unausgerückte Aspekte, sehe ich sie über mir, sehe ich sie auf Augenhöhe, wie möchte ich zu ihr stehen und wenn ich zum Beispiel merke, ich sehe sie über mir und eigentlich will ich auf Augenhöhe sein, dann ist das so, was fühle ich, wenn ich nach oben komme, also wenn ich in meine Kraft komme, mich ermächtige und ihr von Antlitz zu Antlitz in die Augen schaue, was spüre ich dann? Und dann spürst du vielleicht, wenn ich das mache, dann kommt so viel, dann kommt erstmal Angst hoch und dann kannst du sagen, okay, das ist Angst vor deiner Power, kannst du mit dieser Angst gerade sein, wirklich ihr von Angesicht in die Augen zu schauen und diese Angst vibrieren lassen und die Angst zittern lassen und einfach Atmen in ihr Raum geben und in die Augen schauen und dann merkst du, die Angst verwandelt sich einfach in Energie und der Raum für deine Power kommt langsam und du merkst, vielleicht wird die Energie expansiver und expansiver und expansiver und boom, wow, bin ich groß und du explodierst und ein Teil von dir stirbt und ja, und dann siehst du, wow, in dieser Zurückweisung dieser Frau war einfach so eine Riesenchance für meinen Wachstum oder in der Zurückweisung dieses Mannes war so viel Chance für meinen Wachstum und so viel, da war mein Potenzial eingeloggt und jetzt projiziere ich das nicht mehr nach außen, dass ich fühle mich nicht mehr zurück, ich habe gesehen, das war Selbst-Zurückweisung, weil ich mich noch klein gehalten habe, zum Beispiel mit meinem Potenzial und jetzt bin ich mehr aus mir selbst gequält, aus mir selbst genährt und suche das nicht mehr so stark im Außen, ja, indem ich endlich hoffe, sobald ich diese Partnerin bekomme oder diesen Partner, dann bin ich mächtig, sondern habe ich gesehen, nein, wenn ich mächtig bin und die Macht erkenne, dann bin ich in der Lage, meine Partnerin ganz leicht zu manifestieren, weil die eigentliche Seelenwunde, das eigentliche Seelenthema adressiert worden ist und der Rest ist einfach nur noch die Frequenz, ja, mächtig und Expansion und voller Liebe mit mir zieht dasselbe im Außen an und jetzt kann ich es halten, weil ich auf Augenhöhe bin und nicht mehr nach unten, nach oben schaue, zum Beispiel auf dieses einschüchternde Anima-Bild, ja, es kann natürlich auch alles andere sein, es kann sein, dass du nach unten schaust, es kann sein, dass die Anima dir weggedreht ist oder der Anima ist, es kann sein, es kann alles sein, ja, und du möchtest hier, du lässt hier kreativ sein und schauen, was braucht die Situation gerade, ich gebe dir nur Beispiele, wenn du eine Sitzung machen möchtest du mal bei mir, schreib mir gerne eine Nachricht, ne, ich möchte hier so ein bisschen, ja, deine Kreativität stimulieren und, und, dich hier einfach abholen und es gibt hier auch kein richtig oder falsch, so, ich bin auch echt gespannt, wie du Prozesse machst, schreib mir das gerne in die Kommentare zum Beispiel, ja, ich gebe dir nur ein Bild, worauf es ankommt, was die wesentlichen Prinzipien sind und wie ich am Anfang gesagt habe, in Einzelfällen kann sich das immer unterscheiden, ja, so, wir haben einiges gecovered, angeschaut, bearbeitet, das ist ein deutlich längeres Video jetzt schon, weil ich geplant habe, die dritte Methode, die ich dir sagen möchte, ist zum Beispiel noch, das wäre so die Ubuntu-Methode, die Ubuntu sind so ein Stamm von, kann ich gar nicht dafür sagen, ich habe die Geschichte von einer Bekannten und ich finde das total interessant und die Ubuntu, immer wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann wird der Verbrecher in der Mitte von einem Kreis, von diesem Ubuntu-Stamm geschmissen und dann wird er bestraft mit ganz viel bedingungsloser Liebe und Komplimenten, ja, so, also ein genauer Gegenteil, seine Schuldgefühle werden nicht ausergiert, er wird nicht bestraft, sondern es wird anerkannt, dass nur Mangel an Liebe in ihm für dieses Verbrechen eigentlich verantwortlich war und es ist das Erzeugen wie so ein Purge, wie so eine Reinigung, eine Klärung, wo dann, man kann die Liebe erst nicht annehmen, aber du bist ganz lange damit und irgendwann, oh, kommt die Verdichtung nach oben und das eigentliche Programm, was das Verbrechen oder die Sünde, das Egoische begangen hat und dann darfst du dich sozusagen klären, ja, so, was heißt das übersetzt, ganz praktisch, du nimmst, du schaust deinen kleinen Glaubenssatz, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich sehe nicht gut genug aus und dann schaust du, was ist sozusagen ein gegenteiliger Glaubenssatz, den du gerade noch nicht glaubst, das wäre so und in dem Fall kannst du machen, einen, der höchste Wahrheit hat, also ich würde nicht sagen, ich sehe super gut aus, weil das ist ja wieder eine Bewertung und wir haben gesagt, wir wollen ja eigentlich die Ebene der Bewertung verlassen, weil beides ja eine Maske ist und beides eine Identifikation mit Körper und Oberflächlichkeit ist und wir dadurch unsere Essenz vielleicht nicht mehr so ganz sehen, ja, so, wir wollen sehen, wir sind alles, wir sind Körper, aber wir sind auch alles andere, das ist dann gleichzeitig und wir sind in allen Richtungen frei, weil das alles eine Erscheinung ist und das, was wir sind, ist das Feld, auf dem diese scheinbaren Erscheinungen scheinen zu passieren, so, und diese Glaubenssatz oder diese Technik geht dann so, dass du dir einen Glaubenssatz eben nicht aussuchst wie, ich sehe super gut aus, sondern ich würde sozusagen, ich liebe und bin voll und ganz im Frieden damit, wie ich aussehe, ja, das wäre zum Beispiel ein guter Glaubenssatz und dann sagst du den und dann spürst du, oh, ich kann ihn nicht annehmen, sehr gut, dann guckst du aber, was triggert er, ja, und wo sozusagen in deinem Körper merkst du, ist dir Widerstand, das anzunehmen, um das zu empfangen und dann möchtest du mit dem selben Prinzip, das ich vorhin genannt habe, einfach nur bei diesem Widerstand bleiben, ja, kannst du ein paar Mal reinabenden, kannst dir auch vorstellen, dass ganz viel Licht aus der höchsten Schöpfungsebene runterfliegt oder gesendet wird und in so einer strudelnden Spiralbewegung nach unten kommt, warum die Spiralbewegung, das ist intuitiv recht, der Gehirnhäfte versteht warum, aber grundlegend ist es so, es wirbelt was, es bleibt nicht statisch, sondern etwas putzt, etwas darf in die Bewegung kommen, sodass es sich neu sortieren kann, seinem perfekten organischen Design entsprechend, ja, und dann bist du einfach nur mit dem Widerstand und kannst dir immer wieder sagen, das immer wieder aufsagen, die Affirmation, zum Beispiel, ich bin voller Liebe und Frieden damit, wie ich aussehe, ich bin voller Liebe und Frieden damit, wie ich aussehe, ja, das hilft so ein bisschen, um immer wieder dich aufmerksam zu halten und bei dem Trigger, bei der eigentlichen Kontraktionsenergie zu bleiben, aber es ist nicht unbedingt notwendig, das die ganze Zeit zu rezitieren, wenn du eh schon merkst, dass du im Prozess bist, dann kannst du dich einfach auch nur auf das besinnen, was gerade kommen möchte und dann kannst du so ein bisschen auf einer Skala von 0 bis 100 machen, um einzuchecken, wie viel kann ich schon annehmen, so 50%, vielleicht wenn du diese Übung machst, 10, 15 Minuten oder so, merkst du, ah, ich fühle mich jetzt so bei 60, 70% zum Beispiel, ist schon leichter als vorher, ja, so das ist eine, ähm, weiter Technik, oder ein alter Ansatz, den ich hier geben möchte und dann ein letzter wäre tatsächlich so der pragmatischste und eigentlich hätte ich den vielleicht bestenfalls am Anfang des Videos sagen können, ähm, um es so ein bisschen von der Hierarchie aufzubauen, das hat auch einen Grund, warum ich es jetzt erst erwähne, und zwar wäre das, dir einfach Referenzerfahrungen zu holen, oder Beispiele, die einfach widerlegen, dass du nicht gut genug aussiehst für deinen Partner oder deine Partnerin, ja, du kannst wirklich dir nach Leuten suchen, die ähnlich aussehen wie du, die vielleicht, bist du übergewichtig oder zu klein, zu groß, ähm, glatzköpfig, oder, ähm, faltig, oder was du auch immer denkst, was dich halt nicht gut genug aussehen macht, oder hast schiefe Zähne oder so, ähm, und dann guckst du, suchst du spezifisch nach Personen, die diese Kriterien erfüllen, aber dann zum Beispiel mit, na, mit einem attraktiven Partner oder Partnerin zusammen sind, und eine glückliche Beziehung führen zum Beispiel, da wirst du etliche Beispiele finden, und das hilft natürlich dir, ähm, diese, ähm, diesen Glaubenssatz dann herauszufordern und reinzubringen, und, 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 ähm, zu sehen, dass da einfach auch nur eine Täuschung ist, mit der du aber deine Realität täuschend kreierst, aus Unbewusstheit kreierst, am Ultimativ kreierst du immer, und, ähm, das, und Referenzerfahrung wäre, dass du so ein bisschen nach diesem Fake it till you make it gehst, und einfach, du verhältst dich trotzdem so, als würdest du super gut aussehen, wie Brad Pitt, oder wie Angelina Jolie, oder was du auch immer als Schönem findest, so, und du, du ownst es so, du nimmst es richtig an, und, und, ähm, hörst einfach nicht, das ist auch ein, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, du hörst nicht auf deinen Verstand, ist nicht das Problem, dass der Glaubenssatz kommt, oder dass der Verstand redet, das ist, dagegen kannst du nichts machen, das unterliegt nicht deinem freien Willen, das ist das, was passiert und sich karmisch zeigt, aber, ein bisschen, wo du die Freiheit hast, ist zu schauen, ob ich, ähm, das glaube, oder ob ich es einfach nur durchfließen lasse und beobachte, also, ob ich darauf reagiere, oder ob ich einfach, ähm, im Raum dazu bin, im beobachtenden, haltenden Raum dazu bin, und es, wenn es kommt, dann ist es da, wenn es geht, dann geht es halt wieder sozusagen, und so kann das Programm langsam ausbrennen, hat irgendwann keinen Treibstoff mehr, aber wenn ich immer wieder daran glaube, mich damit identifiziere, dann gebe ich dem sozusagen immer wieder neues Futter, neuen Brennstoff, ja, und das kannst du ein bisschen so vorstellen, wenn du mit dem Auto fährst, 180 kmh auf der Autobahn, und du ziehst auf einmal deinen Schlüssel, dann rollt das Auto immer noch eine ganze Beile weiter, weil du viel Momentum und Geschwindigkeit hast, aber, ähm, von alleine wird das Auto irgendwann ausrollen, und hier ist es auch so, ja, wenn du den Schlüssel nicht wieder anmachst, und aufs Gas drückst, ähm, nach ein paar hundert Metern, sondern du bringst es bis zum Ende, dann wird das Auto ausrollen, und hier ist es auch so, einfach lass es einfach, ähm, durchfließen, wenn dieser Gedanke kommt, ich sehe nicht gut aussehend aus, ja, und, aber zu diesem Ansatz wäre auch, ähm, ergänzend gesagt einfach, du bleibst einfach voll und ganz, ähm, in der Annahme, du siehst super aus, oder, du wunderschön bist und so weiter, und gibst, und machst dich damit verletzlich, und, und, und hältst diesen Frame, ja, du hältst diese Annahme einfach, ja, und hältst es wirklich, das ist deine Entscheidung, ja, das ist das, wovon ich jetzt ausgehe, wo ich mich immer wieder dran zurückerinnere, und reprogrammiere, und das wird schließlich dazu führen, dass du tatsächlich Referenzerfahrungen bekommst, die diesen Glaubenssatz bestätigen, ähm, so, so, also, dass es auf einmal gut läuft mit, mit den Frauen, und mit den Männern und so weiter, dass, dass du diese Art von Erfahrung sammeln kannst, und die dann lassen den Glaubenssatz krübeln, weil du siehst, okay, ja, er hat keinen, keinerlei Bestand sozusagen mehr, ja, aber, 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 und das ist der Grund, warum ich diesen Punkt, der am offensichtlichsten und pragmatischsten scheint, erst am Ende, ähm, angeschrieben habe, ja, es kann pragmatisch sein, ja, es kann funktionieren, vielleicht sogar schneller, als den anderen Ansatz, den ich dir gesagt habe, der vielleicht deutlich abstrakter wirkt, ja, und viel, uh, spiritueller und so, aber, wenn diese Seelenheilung nicht passiert, kannst du dir vorstellen, wie das fällt von Karotten, dann pflückst du vielleicht eine Karotte, ähm, irgendwo aus, aber dieselbe Karotte wird entweder irgendwann wieder nachwachsen, oder, auf einer anderen Stelle wächst eine andere Karotte, oder du siehst, viele Karotten sind eigentlich mit demselben Thema verbunden, und jede Karotte will dich eigentlich nur daran erinnern, ja, das heißt, ähm, die Eingangsbotschaft, mit der möchte ich das Video hier abschließen, ist, dass diese Themen, wenn so ein Thema kommt, dann will es dich an was viel Tieferes, an was viel Tieferes, an deines Potenzials, dass du realisierst, durch absolute Annahme von dem was ist, und die Annahme führt dann zur Veränderung, und zur Potenzialentfaltung, und wir haben hier gesehen, ähm, Glaubenssätze können Vorteile haben, also ein Vorteil wäre zum Beispiel, oder wenn ich einfach mich annehme im Aussehen, dann arbeite ich ja nicht mehr, attraktiver zu werden, und dann kriege ich ja wirklich keine Partnerin, ich möchte ja schon meine Chancen erhöhen, aber die Annahme ist darin auch, okay, wenn du dich voll annehmen würdest, dann könntest du die Situation nicht verbessern, was Quatsch ist, das ist ein absolutes Fehlverständnis von Annahme, ja, vielmehr jetzt hast du wirklich diese Fähigkeit, die Situation zu verändern, weil du vor allem jetzt mit Klarheit und Weisheit auch drauf schaust, aber vielleicht merkst du, ich habe vorhin die Situation einfach viel zu perfektionistisch gesehen, und dadurch viel mehr Probleme kreiert, wo keine waren, oder du siehst jetzt klar und siehst, ja, ich kann es optimieren und verbessern, aber daran ist auch nichts dabei, einfach weil es macht mir Spaß, mich schöner zu machen und hübscher zu machen, ich nehme mich aber so oder so an, und das ist die Essenz, zu der du kommst, ob ich jetzt als attraktiv gesehen werde oder nicht attraktiv, ich nehme mich so oder so an, ich bin mir so oder so der Liebe, die ich bin, und der wahren Essenz, die ich bin, bewusst und klar, die geht mir nicht verloren, das gibt diese riesen Erleichterung, so ein bisschen, als würdest du dir Schnürsenkel binden und du siehst, du hast einen Knoten reingemacht und du denkst, wenn ich akzeptiere, kann ich das Problem nicht lösen, das ist dasselbe, als würdest du einfach nur hart am Schuh ziehen und den Knoten immer mehr zuziehen und sehr in Ignoranz, aber wenn du akzeptierst, dann kommst du erstmal zur Einsicht, okay, ich habe mir hier einen Knoten in den Schuh gemacht, okay, schauen wir uns mal den Knoten an, wo, okay, ja hier, und, oh, jetzt ist er offen, ja, so, also du nimmst die Sturheit raus und wählst einen Ansatz, der sozusagen dann auch funktionieren kann und das ist halt hier auch absolut genau dasselbe, ja, so, also wir wollen auch immer schauen, was sind die Payoffs, was sind die Vorteile unserer Glaubenssätze, unserer Ego-Strukturen und dann immer wieder enttarnen, dass das nur vermeintliche Vorteile sind, wir können das genau dasselbe haben, auch ohne die Ego-Struktur, ohne die Kontraktionsenergie, ohne das Trauma und dann kann es sogar noch viel mehr blühen, ja, das sind wie unsere inneren Dämonen, die uns zuflüstern, ja, und ich sehe das manchmal in meinen Prozessen wirklich als, oder ich habe das gesehen als wirklich Entities, dämonische Entitäten und die dir wirklich sagen, ohne mich bist du schutzlos, ohne mich bist du verloren, ohne mich würde genau das passieren, was du vermeiden möchtest, gut, dass du mich hast und so weiter, du siehst einfach nur eine komplett reine parasitäre, einseitige Beziehung, die dir ja keinen Mehrwert gibt, aber die sehr gut im Täuschen ist und dir Angst machen ist sozusagen, aber das Einzige, was stirbt, ist der Dämon und das Einzige, was stirbt, ist die Vorstellung, dass da jemand stirbt und du bist am Ende unsterblich und du siehst buchstäblich, du hast diese ganzen Sachen, die ganzen Vorteile erhalten, nicht weil du den Dämon hast, sondern obwohl du den Dämon hast. Es ist einfach nur eine Schwere, die dich verlässt, die sich tarnt als Vorteil, buchstäblich, eine andere Analogie, die ich noch ganz kurz hier reingebe, stell dir vor, du bist in der Wüste gewesen, das ist die Traumasituation und bist fast am Verdursten, aber dann stößt du auf eine Wasserquelle, allerdings mit giftigem Wasser. Okay, natürlich trinkst du das giftige Wasser, um zu überleben. Mit der Energie des giftigen Wassers hast du es in die nächste Stadt geschafft, ich merke, ich habe übrigens auch gerade Durst, weil das Video schon so lange ist, und in der nächsten Stadt, aber ich habe dann gleich noch kein giftiges Wasser gerade zu trinken, und in der nächsten Stadt wirst du geheilt, im Krankenhaus von diesem giftigen Wasser, aber jetzt fängst du an, obwohl sauberes Wasser bereitsteht, immer weiter giftiges Wasser zu trinken, weil du giftiges Wasser deinem Leben zu verdanken hast. Und genauso ist es hier mit deinen inneren Dämonen, den Traumaenergien und dem Ego, ist absolut überflüssig, in keiner Art und Weise gibt es irgendeinen Vorteil, es ist nur sehr gut ein, dabei dir das einzureden, und durch die Kontraktionsenergien ist es auch sehr real zu machen, aber in Wahrheit kreierst du damit genau das, was du vermeiden möchtest. Warum? Das, was du Widerstand leistest, das vermeidest du, und in dem Moment, wo du aber akzeptierst, was du vermeiden möchtest, befreist du dich davon. Das ist das Paradox. Das ist das auf den Kopf gedrehte. Das heißt, diese Arbeit ist kontraintuitiv per Definition, in ihrer Natur, in ihrer Essenz. Das heißt, es geht immer wieder weg von Kontrolle und Hingabe und Vertrauen um zur tieferen Wahrheit, die dich dann befreit, dich zuzubewegen, zu der sozusagen durchzukommen. Und abschließend wollte ich noch einen Punkt machen. Ja, das ist nur noch abrunden, sei hier noch gesagt, dass eben mit den Korotten, das kann natürlich funktionieren, einzeln zu ziehen, wie ich es gerade in diesem pragmatischen Beispiel gebracht habe. Aber es wird halt keine langfristige Lösung sein und das Symptom, das eigentliche Kernproblem wird sich wahrscheinlich nur dadurch verschieben. Ja. So. Aber trotzdem, mach das, mach was resoniert, mach was dir gut tut. Ja, und ich würde immer eine Mischung aus allem versuchen und machen. Im Außen, im Innen, ja. Sonst ist die Schattenarbeit wieder der Schatten. Ja. Meditation, Schattenarbeit, leb das Leben und lass dich triggern vom Leben. Verlieb dich und lass dir dein Herz brechen und dann wachse und wie auch immer, ja, spring rein, sei bereit zu sterben, sei bereit, dich hinzugeben. Ja. Lass dich immer wieder auffangen. Darum bist du am sichersten. Das ist echte Sicherheit, nicht Pseudosicherheit. Ja. Metasicherheit sozusagen, ja. Das ist die Lehre der Lehre. In dem Sinne, mein Lieber oder meine Liebe wünsche dir alles Gute. Ganz viel Liebe. Kontaktier mich, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. іч